Es ist ganz besonders, hier heute zu sein, um mit euch gemeinsam 25 Jahre Skin of Tears mit ganz lieben Menschen zu feiern und ganz besonders mit den lieben Skin of Tears. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein. Und der nächste Song ist für mich den ganz persönlich berührender. Der heißt Start Today. Gleichzeitig will ich euch vor oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.